Ni hao meine lieben Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars Leute, ihr seht schon an dem Titel, heute werden wir uns die krassesten Brawl Stars Animationen anschauen und lasst auf jeden Fall jetzt schon mal alle einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen und wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne rechts meinen Creator Code eintragen, kostet euch nichts wie gesagt und würde mich sehr freuen übrigens, ich weiß Leute, dass ihr mehr so High Level sehen wollt aber es ist schwer, jeden Tag zeitlich einen auf 1000 oder auf Rang 35 zu pushen deswegen muss ich ab und zu auch andere Videos hochladen ja, wenn ihr mich supporten wollt, wie gesagt, lasst jetzt schon mal einen Like da guckt das Video gerne bis zum Ende an und ja, wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert sehr gerne diesen Kanal, Leute es gibt jeden Tag ein Video und jeden Tag ein Stream und vielleicht kann ich in der Zukunft YouTube Fulltime machen ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Video Apropos, Leute, schreibt mal in den Kommentaren nach dem Video ob ihr diese Brawl Stars Animationen alle schon angeguckt habt diese Brawl Stars Animationen sind offiziell von Supercell und werde ich euch auch unten nochmal alle verlinken So Leute, willkommen zu dem ersten Video und zwar Brawl Stars Animation Barley's Last Call ich weiß nicht, ob ihr das schon mal angeschaut habt wie gesagt, schreibt gerne mal in den Kommentaren, ob ihr das Video schon angeschaut habt ich würde sagen, wir gucken uns das gemeinsam an und ihr seht diese Details ich feiere diese Animationen, habt ihr schon gesehen der Nita, Barley sieht mega nice aus also Barley als Barkeeper auf jeden Fall so krass, Leute jihihihi Ems, Sprayt hier alles zu an der Bar der Nita, Leute, ihr wisst Bescheid keinen mehr nehmen man kennt ihn, Leute isst lieber mit der Hand oh, die arme Jessie oh oh, jetzt bannt alles der Boxer tropft oh, Boxer nicht tropfen oh oh, zu spät oh oh, jetzt ist er triggert jetzt, jetzt rastet Barley aus oh, jetzt zerstört einfach alles, Leute alles oh, Nita und tschüss, Barley oh, jetzt, jetzt, Leute er übertreibt ihn wieder komplett, Leute er übertreibt sein komplett, einfach seine ganze alles zerstört, einfach sein Bar seine Bar nice Brawl Stars so, Leute wir kommen zu der nächsten Animation die nächste Animation ist von Pipers Sugar and Spice Animation sieht auf jeden Fall mega sick aus, Leute alleine schon hier der Nita, Boxer Boxer hat einfach einen Zahn verloren wahrscheinlich von den vielen Süßigkeiten so, let's oh, ne, doch nicht vorhin Piper, weil sie die Tür aufgemacht hat Leute, guckt mal an wie krank das gezeichnet wurde so gut diese Animationen feiere ich, Leute schreibt mal gerne in den ähm Kommentaren, Leute welche Animationen ihr am besten findet ich werde euch heute also ich werde euch jetzt noch drei, vier Animationen auf jeden Fall zeigen der ist so sick, Leute guckt euch das an die Details einfach nur oha so heftig zu crazy, Leute zu crazy die zeigen hier alles wie sie gezeichnet haben ne das ist so heftig die Leute die das was machen können zu crazy zu crazy ich zeige euch gleich auch danach das originale Video also wo sie alles zeigen hier zeigen sie ja wie man das also wie sie es gezeichnet haben was mega heftig ist Leute und ihr seht diese Zeichnungen sind echt heftig ich weiß nicht was ich dazu sagen soll Leute wirklich also da muss ich echt sagen Leute der Skill ist wie der andere Next Level bei den Leuten anderes Level an gut so Leute ich würde sagen ähm wir werden jetzt ähm ein Skip ich mache jetzt ein Skip und zeige euch jetzt das richtige Video also ohne diese Animationen diese wo sie gezeichnet haben beziehungsweise wo sie zeigen wie sie es gezeichnet haben so jetzt gucken wir uns die richtige Animationen an Leute ich finde sowas mega geil schreibt mal wie gesagt in den Kommentaren unbedingt wie ihr solche Brawl Stars Animationen feiert und ob ihr öfters mal solche Reaction Videos von mir sehen wollt ist auf jeden Fall mal was Neues und ja wenn ihr sowas feiert kann ich das gerne ab und zu mal machen und wenn ja könnt ihr auch gerne in den Kommentaren schreiben was ich als also bei was ich reagieren soll also was ihr sehen wollt oh was sind das Liebesperlen oder was ohne Witz diese Animationen sind so clean ne sie packt einfach Handgranaten Chad überlegt weil sie packt einfach Handgranaten Weste Ripp er hat einen Zahn verloren der Boxer oh oh ne immer Jesse Leute ne Jesse erwischt es immer oh schon wieder Jesse hallo Pipa please Leute zieht euch mal diese Animationen an Hauptsache sie macht so ein Spin erstmal Disrespekt und alle killen tschüss bye oh Leute feiere ich diese Animationen feiere ich Brawl Stars so Leute wir gucken uns jetzt der Sommer auf Monster Update das ist von dieser Season Leute ihr wisst ja diese Animationen sind so crazy Leute ich kann mir das den ganzen Tag angucken ich fühle halt dieses Spiel so hart ne Max vor so hin hier ist was machen die hier na oh 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 Leute Jam Rap piu 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 oh 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 übrigens kommt der Jackie Skin bald Leute ne wenn ihr Bock habt gerne meinen Creator Code eintragen würde mich sehr freuen Max Dodge Mechanics wieder on point nachher Mord ist Leute oh jetzt rennt er zu Serge oder so crazy einfach diese Animationen Leute sind einfach zu wild oh OP Serge Leute wenn er jetzt Stufe 3 Upgrade hat macht er Ching Ching und Bling Bling dann sind alle weg oh oh let's go und das ist dieser Loading Screen Leute den ihr kennt ne ist einfach zu krass ja Leute ich hoffe euch hat das Video gefallen wenn ja lasst gerne einen Like da falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt abonniert jetzt gerne den Kanal kostenlos und aktiviert die Glocke um nichts zu verpassen es gibt jeden Tag ein Video jeden Tag ein Stream ich würde sagen macht's gut bis morgen ciao ciao picco Up arithmetic prohibit zus bis 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 Ich bin